Nächstes Ausleuchtungsset, diesmal mit der Imara von KinoFlo. Das sind Leuchtstoffröhren, jetzt auch wieder runtergedimmt. Man sieht natürlich den schönen Kontrast zwischen innen und außen. Mal bitte höher dimmen. Von der Anschlussleistung, glaube ich, hat die 500 Watt. Das ist also auch sehr wenig, was an elektrischer Leistung nötig ist. Und natürlich wieder meine LED-Spitze, die mir meinen spärlichen Haarkranz beleuchtet. Okay, jetzt machen wir es gleich nochmal in der Totale. Bitte die Lampe höher drehen. Genau. Okay. Danke. Jetzt noch volle Power. Ja, volle Power. So, Chef, jetzt bist du wieder dran. Jetzt bin ich noch. Eine weitere Mischlichtvariante, diesmal mit der Imara. Und zwar haben wir einen Teil der Röhren von Tageslicht zu Kunstlicht gewechselt. Und auch hier das Ergebnis ist natürlich eine Mischlichtsituation. Man erkennt das an dem roten Schimmer in meinem Gesicht gegenüber dem Himmel. Okay. Jetzt ist doch. Jetzt ist doch mal auf dem autres. Vielen Dank.